Okay, zum Schwimmen. Man kann den Reifen ganz auch mal schwingen, neben dem Körper, Arm zur Seite, mit dem Zeigefinger drauf, auf den Reifenkipp, die haben wir kontrolliert, so, mit der anderen Seite natürlich auch, schwingen. Das kann man natürlich auch zur Seite machen, mit beiden Händen. So, schwingen, schwingen, schwingen. Man kann ja natürlich auch oben, unten, schwingen. Das kann man alles verbinden in Achterkreisen, zum Beispiel man kreist einmal über den Kopf, so, einmal über den Kopf, bis hierhin und dann geht man nach unten. Also hier, hier, hier und dann runter. Hier, hier und unten, überlegen. Achterkreise kann man auch vor dem Körper machen, indem man vor dem Körper hochzieht und hinter dem Körper fallen lässt. Also praktisch vorne, Kreis, hinten. Vorne, hinten. So, dann geht's. Hier, wenn man den Daumen aus dem Seitenwand drauf, nach vorne und hinten. Einfach fallen lassen. Vor, hinten. Also, vor, und, vor, und, oder. Und hier, übergeben. Man kann den Seitenwand nur übergeben, 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 aus, übergeben. Also, jetzt geht's. Vielen Dank.